Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr Lags im Nexus 7 Betriebssystem beheben könnt, denn es ist so, dass mit Android 4.2 das Betriebssystem, das zusammen mit dem Nexus 10 und dem Nexus 4 vorgestellt wurde, die beiden Geräte sind ja gerade erst erschienen, vor etwa einer Woche, und ich glaube, ja, vor einer Woche wurde auch Android 4.2 zum Download bereitgestellt. Seitdem habe ich das hier drauf und ich habe festgestellt, dass nach der Installation von Android 4.2 Jalebin extreme Lags teilweise auftraten im Betriebssystem, wenn ich hier zum Beispiel die Notification-Leiste runtergezogen habe, dann hat das da teilweise geruckelt, oder wenn ich hier zwischen verschiedenen Apps gewechselt habe, dann gab es da teilweise extreme Lags oder die, wie heißt es, die Multitasking-Leiste natürlich, hat sich teilweise ein bis zwei Sekunden Zeit gelassen, bis sie sich geöffnet hat. Wie ihr seht, das ist hier nicht der Fall, das läuft alles wunderbar toll, wunderbar schnell, wunderbar, ja, ich sage das Wort sehr gerne. Und, ja, falls ihr dieses Problem auch habt, vorzugsweise natürlich auf dem Nexus 7, möchte ich euch mal heute zeigen, wie ihr diese Lags, diese, ja, diese Verzögerungen im Betriebssystem beheben könnt, weil ich hatte das ja auch und ihr habt ja gesehen, es ist nicht mehr da. Das Erste, was ihr machen müsst, ist das Tablet ausschalten. Ganz wichtig, wohl, ja, muss man ja, glaube ich, ja, das lassen wir mal. Erstmal ausschalten hier. Ja, wenn es denn aus, ja, es ist aus. Was wir als nächstes machen, ist, wir halten gleichzeitig die Volume Down und die Power-Taste gedrückt, also die Lautstärke nach unten und die Power-Taste gleichzeitig. Dann kommt das Symbol hier, beziehungsweise der Bildschirm. Das ist sozusagen, ich glaube, wie heißt das, Fastboot-Modus, keine Ahnung, was das für ein Modus ist. Und hier oben sehen wir jetzt ein Auswahlmenü, da wählen wir jetzt mit der Volume nach unten, mit der, ich sage immer Volume, mir fällt das deutsche Wort nie ein, die Lautstärke nach unten-Taste natürlich. Mit dieser Taste wählen wir jetzt den folgenden Punkt aus, Recovery Mode und dann klicken wir wieder auf die Standby-Taste und dann kommen wir in den Recovery-Modus, den Wiederherstellungs-Modus. Den könnt ihr auch öffnen, wenn zum Beispiel das Tablet irgendwie nicht mehr funktioniert oder so. Hiervon nicht beunruhigen lassen, das geht jetzt nicht mehr weg, bis ihr die Volume nach oben und, also Lautstärke nach oben und die Standby-Taste gedrückt haltet. Jetzt drücken wir also diese und diese Taste gleichzeitig. So, dann kommt dieses Menü hier oben. Und in diesem Menü hier ist schon wieder jede Menge verschmiert. Ja, tut mir leid, aber das, einen Moment. So, gut, ist nicht besonders viel besser geworden, aber was soll's. Und hier gehen wir dann auf den Punkt Wipe Cache Partition. Das ist quasi, ja, der Cache, der Zwischenspeicher des Betriebssystems. Ich glaube, das ist noch so eine Art besserer Arbeitsspeicher oder übergeordneter Arbeitsspeicher. Ich weiß gar nicht ganz genau, was der Cache ist. Es ist auf jeden Fall ein Zwischenspeicher und an dem hier liegt das, dass das System danach, nach diesem Update, ruckelt, laggt oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Diese Option bestätigen wir jetzt mit einer Eingabe auf den Standby-Knopf. Die Option wählen wir übrigens mit der Lautstärke nach unten oder der Lautstärke nach oben-Taste aus, wie auch gerade schon im Menü. Und dann wird das Tablet hier neu gestartet. Gehe mal diese Verschmierereien hier unten, aber ich habe gerade keinen Lappen da. Das, naja, gut. Soll auch nur ein ganz schnelles Video werden, weil ich dachte, das bringe ich zwischendurch einfach mal. Es ist ja lange nichts gekommen und vielleicht haben ja einige von euch auch das Problem. Da kann ich ja mal zwischendurch vielleicht einen kleinen Tipp geben. Denn das werden wahrscheinlich nicht alle machen, beziehungsweise das wird nicht jedem einfallen, weil, ich meine, wer weiß schon, wie man in den Recovery-Mode kommt. Also so von den normalen Nutzern. Ich meine, ihr kauft euch ein Tablet und dann müsst ihr ja nicht sofort wissen, wie ihr in jeden erdenklichen Wiederherstellungs-Modus, Kack-Modus kommt. Dann kommt sowas, glaube ich, gerade gelegen. Ja. Und jetzt, wenn hier die Widgets alle geladen sind. Naja, ich kann es jetzt schon mal ausprobieren. Jetzt funktioniert das auf jeden Fall ausgezeichnet flüssig. Ihr seht es schon bei mir. Es hat ja vorher schon flüssig funktioniert, aber ich bin das Problem auf jeden Fall losgeworden, indem ich hier den Cache gewiped habe. Zum Beispiel hinten in der Widget-Ansicht hat man auch super gesehen immer, da gab es vorher, gut, warum ruckelt das jetzt? Was ist das? Ne, da hat es auf jeden Fall vorher extrem gehangen. Kein Vergleich zu vorher. Jetzt läuft das flüssig. Ich weiß gar nicht, warum das hier an dieser Stelle ruckelt. Naja, ähm, egal. Verstehe ich gar nicht. Was ist das denn? Naja, ähm, ich öffne jetzt nochmal hier so eine App. Und dann öffne ich mal, keine Ahnung, den Chrome-Browser. Und dann gehe ich mal in die Multitasking und lasse ich glaube, das ruckelt gerade nur, weil ich das Betriebssystem neu gestartet habe. Ich sollte mal einfach warten. Und jetzt gehen wir in den Chrome und dann gehen wir hier rein und dann, ja, wie ihr seht, läuft absolut flüssig. Damit wäre das Problem behoben. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Ähm, ja, wenn es auch nur so ein kurzes und nicht allzu aufwendig gemachtes Video war, ist mir gerade halt spontan eingefallen die Idee und bis morgen hätte ich die eh wieder vergessen. Deswegen habe ich das Video jetzt ganz schnell eben mal gemacht. Und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Am besten natürlich mit dem grünen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt, ne, ihr wisst ja. Und, ja, ich wünsche euch ansonsten noch viel Spaß mit dem Nexus 7 und morgen. Und obwohl vielleicht auch heute, je nachdem wann dieses Video online kommt, kommt dann auch mal wieder ein Video zur PS Vita. Und, ähm, auch die iPhone-Nutzer unter euch habe ich nicht vergessen. Allerdings warte ich da noch auf den iOS 6 Untether Jailbreak, denn irgendwas anderes kann ich zurzeit zum iPhone nicht machen, weil mir eigentlich schlicht nichts einfällt. Ähm, ja, soviel zur Statusmeldung und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Fragen im Übrigen, wie immer, in die Kommentare. Da dürfte es wahrscheinlich einige geben. Ach ja, und? Ich bin für keine Schäden verantwortlich, falls ihr an dem Ding irgendwas kaputt macht während dieser Prozedur. Ähm, bin ich nicht dafür verantwortlich. Das habe ich früher mal vergessen zu sagen. Und immer nur in die Beschreibung geschrieben. Äh, dieses Mal sage ich es im Video. Obwohl da eigentlich nichts Großartiges passieren dürfte, wenn ihr wirklich nur den Cash wiped. Das ist, äh, absolut ungefährlich. Bis zum nächsten Mal.